Starten wir mit sattem Hugo rein, ja? Alles klar, Chad, machen wir. Sattem Hugo hat das Video hochgeladen, ich will Hellinger heißen. Actually will, glaube ich, niemand Sascha Hellinger heißen. Wir schauen trotzdem mal rein. Let's go. Aua. Das läuft. Entspannend. Das läuft. Willkommen zum nächsten Video. Ich glaube, auch einer der Gründe, warum es so lecker schmeckt, ist das Särgen. Särgen hat das Fleisch parrainiert. Parrainiert, oder? Aber das hat keine Kunst, weil du musst dir vorstellen, das Gefühl ist zwar schon da. Schau mal, wie fast das den Pfeffer-Müffern geht. Ja, geht das? Ich würde das aber auch wirklich entgegen, aber ich... Stunkel entgegen. Roar, Carsten. Es geht um das Sub-Bomb, es geht um den Pokal. Wird ohne, ohne Pfeffer gekauft. Nickname, Kuss, 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 Dankeschön. Kunstpause, Dankeschön für die... Verzweifelt an der Pfefferfront. Akkurat habe ich noch nie gehört, dass jemand das so als Trendwort benutzt. Cringe leider ja, finde ich mega unangenehm. Suus. Suus. Suus kenne ich. Gar nicht. Ey, sieht der aus wie 14. Mann ey, ich gönne ihm wirklich, dass er endlich eine neue Freundin hat. Ach, das ist seine Schwester. Kann ja nicht sein. It's Lelina, Dankeschön für den Sub-Kuss geht raus. Kann nicht sein, dass Kilian und ich einfach das Gleiche gedacht haben und dachten, hey, dass es seine Freundin ist. Das ist natürlich... Da halte ich mich zurück. Er ist sogar Medic. Er ist sogar Medic. Das stimmt, denn die Leitner kommt nur. So, Herrn Iris, könnt ihr mal den Automaten da heilen lassen? Lassen Sie mal bitte den Automaten heilen. Nein, vielleicht mal eine Runde mit Kaido gehen und gehen nicht zum Präsidium nerven. Kuss, 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 danke für die zwei Gifted's. Sonst endest du in der Zelle wie vor 10 Jahren. Ansonsten, wenn du nicht endlich deine Sch*** zählt, sie sitzt zu lebenslänglich. Ist soweit verstanden? Ich hab's nochmal gebläht. Ich brauche sie in die Hunde. So. Ganz schwierige Rolle hier, der spielt. Oh, Mann. Ich freue mich so aufs RP heute, Digga. Ich freue mich so drauf. Ich freue mich so drauf. Ich hab die Idee. Sein Hintergrund gefällt mir, also ich muss sagen, das sieht schon sehr gemütlich aus. Hab ich schon mal gesagt. Also aus was für einem Grund auch immer, ich hab wirklich gedacht, das wäre ein echter Kamin. Zweitens sehe ich jetzt erst, wie gefährlich er die Kerzen dahin positioniert hat. Wenn die Kerze umfällt, ja, das wäre schlimm. Bruder, sagt ehrlich, das sieht aus wie ein echter Kamin. Nein. Alter, das sind auch keine echten Kerzen. Oh, Digga, Monte komplett hops genommen. Der Rahm Rentner weiß gar nicht, dass es alles mittlerweile elektronisch gibt. Komplett romantisch, äh, Rahmontisch. Ah, scheiß drauf. Du kleiner, du und so, wenn du hier reinkommst. Was hast du vor? Vielleicht will der auch einfach nur zocken. Digga, vielleicht will der zocken. Was für ein Drecksgame. Kann man eigentlich sein? Ist der einfach hier reingekommen? Wollt mir gerade meinen Garten, Plastikstuhl klauen? Was verstehst du nicht, der Train? Was bedeutet Kaminakupim? Mal festnehmen. Micky? Ups. Ich hab gar nichts gemacht. Guck mal, ich damals, wo ich klein war damals, ich hab immer die drei Fragezeichen angemacht auf Föcker-City. Gängst du die drei Fragezeichen? Äh, stei... Gängst? Die drei Fragezeichen, oder? Gängst du die drei Fragezeichen? Ein Steifen? Die drei Fragezeichen. Was für ein Steifen? Die Streifen. Der Streifen-Streifen hier. Was ist denn mit ihm los? Äh, entschuldige, was... Und doch das ekelhafte Lachen. Was für Seiten bist du gerade? Was macht der da? Heute Abend geht's wieder ins Casino-Chat. So dumm ist doch keiner. Ist das scheiße? Ich hoffe einfach so sehr, dass das scheiße ist. Ist das scheiße, die der rausspritzt? Ist das die Kacke? Oh nein! Ne, was? Das war Durchfall? Okay. Wieso hat der die Lippen so komisch? Hat der... Hä? Hat der seine Lippen komisch, oder nicht? Da ist doch irgendwas anders, oder nicht? Hä? Ist die... Die Lippen von dem sind anders, oder nicht? Was ist da so anders an den Lippen? Hä? Die sind so... So... So perfekt? Die sind so... So anders, so perfekt, so... So jugendlich irgendwie. Komische Lippen. Lippenstift hat der drauf, achso. Ja, Chat, fickt euch. Kabelbinder sind das. Dankeschön, Miss Rebi. Das sind Kabelbinder. Ja, jetzt gehorche. Sklave. Ach du Scheiße. Das ist ganz weird, Mann. Die Tüten sind ja bei Twitch. Was bedeutet Teil 2? Es riecht komisch. Ein Weihnachtsgeschenk. Ach nein, Alufolie. Ich kenne da so Gefühle. Riecht das nach was? Ja, stinkt. Boah, stinkt das. Was ist das denn jetzt? Es ist Scheiße! Dicke, das Gesicht dazu. Es ist Scheiße! Kuss, 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 kuss. Diese Augen voller Tränen. Diese Sabber, die aus dem Mund läuft. Boah, stinkt das. Was ist das denn jetzt? Es ist Scheiße! Du Drenst du! Was ist das? Besser, Sprech. Ne, hör auf! Hey, was ist denn der Stinker-Spray? Ist die Frau im Hintergrund ein Greenscreen? Herr Badriemens, danke schön, danke schön. Spanns, aber es ist einfach echt heiß, gell? Es ist schön, dass meine Pflegerin heute da ist. Ich bin so ein Schumpf-Prauch und ein Schumpf-Prauch. Ich bin so ein Schumpf-Prauch. Ich bin so ein Schumpf-Prauch, dass du das wärst. Hier ist das drei Dann dreh dich um! Mit den Augen, den Gelben da! Ich kriegst irgendwas auf, Bint! Ich komm dir mal näher! Hallo, hör auf, mein bester Freund zu treten! Bint, der ist 10! Entschuldigung! Du schlägst ein kleines Kino! Fahr weg, fahr weg! Junge, rede doch nicht, während du Cam grad abends verschiebst! Dave, was du sagst, juckt mich schon lange nicht mehr! Ich verschiebe die Cam und rede, wie ich will! Ich kann auch während dem Video so machen! Das Video soll Dave schneiden! Das verstehen nur echte Cutter! Das sind Keyframes! Das sind Keyframes! Ja, das weiß ich, weil ich meine Videos selber schneide! Montel weiß gar nicht, was diese Programm... Programm Interflasher ist! Interflasher! Ja! Interface! Wissen Sie, wo ich mir ein Pferd besorgen kann? Da müssen Sie mit der Pferde-Range-Besitzerin... Ah, passt schon! Danke! No problemo! Oh, da wollte ich fast sie vom Pferd schlagen! Pinkeln verbindet, weißt du? Da hab ich die besten Freunde kennengelernt! Anni, Kuss! Vielen Dank für die Zap! Gut! Ja, ich muss in die gleiche Richtung! Das ist der Video! Ja, ich muss in die gleiche Richtung wie du! Der käsige Sack für zwischendurch! Der käsige Sack für zwischendurch! Der käsige Sack für zwischendurch! Der käsige Snack für zwischendurch! Drücken! So zur Seite! Ah! Wer hat da einen käsigen Sack? Der käsige Sack für zwischendurch! Was ist das? Wichse? Ja, gefällt dir das, hm? Gefällt dir das, wenn ich meine tiefe Stimme in die Ohrmusche schmiere? Nein! Hm? Nein! Gefällt mir nicht, nein! Du bist die Kamera-Fahrs, ein E-Bike! Bis auf, bis auf! Einmal gucke ich in den Chat! Und ich treffe genau dieses Schild, was mitten in der Straße steht! Alles außenrum ist frei! Oh! Deine verdammte! Ähm! Hasselnde Mom! Die arbeitet ganz hart für ihr Geld! So! Helena! Okay! I did shame my ***se! In Scope! Perfekt! Einfach nur noch perfekt! Niko, raus! Da! Ihr nehmt diese Bananen! Timo, Jeferkuss! Und dann ganz schnell in der Mitte durchbrechen! Du psycho! Du kranker Psycho! Und dann... Und drückt sie dann einfach so raus! Höh? Was? 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 Hm! Das schmeckt ja viel besser als das! Geht das mit Kartoffeln auch? Du musst aufräumen, in-game! Hier ist doch gar kein Dreck! Wo kommt denn der Dreck her?! Alter! Der chillt immer noch mitte! Ja! Den hab ich! Ich hab'n Leck! Ich hab'n Leck! Der geht einfach mit Kleidung in den Polen! Wollen sie mich verärschen? Warte mal, Digga! Helinger, oder? Wahrscheinlich Helinger! Oh! Oh nein! Ich hab'n Leck mit dir! Ja! 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 Ja!